Servus und hallo zu Beyond Two Souls. Ja, Herr Rasten, macht es. Alles kein Stress. Ja, nichts Wichtiges war nichts Wichtiges. So, nochmal. Servus und hallo zu Beyond Two Souls. Ach, wurscht, ich schneide das jetzt nicht raus. Das ist halt dann drin. Wir haben jetzt gerade die Drachenhöhle gespielt und ich bin mir nicht so sicher, ob wir ersoffen sind oder nicht. Ich hoffe mal, dass wir dann doch noch wieder beliebt wurden. Irgendwie, sagen wir mal, wir wurden wieder beliebt. Jetzt machen wir erstmal weiter und hoffen wir, dass wir nicht verreckt sind. Und der Herr Rasten sagt irgendwann vielleicht, beschreibe. So, es ist ein Stream natürlich. Der Herr Rasten macht wieder extrem dreiste Eigenwerbung. Sagt einfach, dass YouTube.de slash alle Rasten aus der beste Kanal ist und ihr da unbedingt vorbeischauen müsst. Total unerhört ist das. Aber könnt ihr ja mal machen. Jetzt geht's aber wirklich weiter. Irgendwann mal. Ein Chaos ist hier schon wieder. So, ja, weiter. Das Kapitel Spuk. Kaum ist der Herr Rasten im Stream, kommt ein Gruselkapitel. Gut Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Dann sehe ich ihn dann wieder. Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. So. Das Spiel merkt anscheinend, dass alle Rasten aus Grat zuschaut. Und hat deswegen auf Grusel umgestellt. Wenn er Kapitel schon Spuk heißt, muss er sehr gruselig werden. Hallo. Das ist wohl die Tochter von dem Professor. Gehe ich jetzt mal davon aus. Da war doch was, was ich machen konnte. Ach, nö, das war nur so eine Lampe. Okay. Tür, Tür, Tür. So. Bitrate schwankt schon wieder. Wahrscheinlich ist der Stream gleich wieder so halbwegs down. gute tochter wo bringst du mich hin glaubt dass es die tochter ist der geist hat uns zumindest nicht angegriffen und sieht so ein bisschen nach verkehrsunfall aus hat sie erinnern und weiß nicht mehr in welcher folge haben wir mitbekommen dass die tochter und die frau von dem doktor professor irgendwas dass die von einem betrunkenen truck fahrer überfahren wurde ganz bestimmt nicht so helfen wir dem mal immer die navigation mit die steuer sticks die issue nicht weinen wir sind an deiner seite wir lieben dich wir werden dich für immer lieben rede doch bitte mit mir jody bring sie zu mir mach dass sie mit mir reden ich kann nicht sie sind weg geht nicht weg geht nicht weg die beiden fehlen mir nicht weg sehr Okay, stopp, Pause, Pause, stopp. Es war wieder ein sehr kurzes Kapitel. Warum keine Pause machen? Naja, Pause. So, vielen Dank für das Ansehen. Ein kurzes Kapitel. Nächstes Mal geht es weiter.